Aber auch auf der EAA Mobility gibt es für die Kleinen so einiges zu sehen und nicht nur zu sehen, sondern auch zu erleben. Wir machen heute mal einen richtigen Action-Tag und schauen, was die EAA Mobility auch für die Pioniere von morgen zu bieten hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020